Die Sozialstation Obers Schlichemtal-Rosenfeld, GGMBH, unterstützt Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen zu Hause. Unterstützung finden Sie bei uns im Bereich der Grundpflege, wie zum Beispiel Körperpflege, und bei der Behandlungspflege wie Injektionen oder Medikamente verabreichen. Dabei arbeiten wir eng mit den Hausärzten zusammen. Unsere Haushaltshilfen unterstützen Sie im Haushalt oder kaufen für Sie ein und unsere Familienpflegerin ist, sofern von der Krankenkasse genehmigt, für Familien mit Kindern unter 12 Jahren da, wenn die Mutter durch Krankheit ausfällt. Wichtig ist uns eine gute Beratung der Patienten und Angehörigen, sei es bei den von den Pflegekassen vorgeschriebenen Beratungsgesprächen, wenn Sie Ihre Angehörigen selbst pflegen oder bei Pflegeschulungen vor Ort. Besondere Kompetenzen haben wir bei der Behandlung von Wunden durch unsere zwei Wundberaterinnen. Für Menschen mit einer Demenzerkrankung haben wir das Angebot der stundenweisen Betreuung zu Hause, sowie unsere alle zwei Wochen stattfindenden Betreuungsnachmittage. Unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter arbeiten nach den aktuellen Qualitätsstandards. Für unsere Patienten sind wir über die Rufbereitschaft rund um die Uhr erreichbar. Unser Einzugsgebiet umfasst die Stadt Rosenfeld mit ihren Stadtteilen, sowie die Stadt Schömberg mit den Gemeinden des Oberen Schlichemtals. Rufen Sie uns an, wir sind gerne zu einem persönlichen Gespräch für Sie da.